So, noch mal an alle Teilnehmer. Es ist 9.35 Uhr und wir möchten jetzt ganz gerne starten. Wir freuen uns über so viele Teilnehmer heute im Rahmen unserer Auftragsveranstaltung der G2-Akademie. Wir haben ein dreitägiges Programm für Sie alle aufgebaut, um Sie fit zu machen für die Besucher aus dem Nachbarland, sowohl aus Deutschland als auch aus den Niederlanden, auch wenn die Zeichen im Moment noch nicht so gut aussehen. Der Ton ist aus. So, könnt ihr uns jetzt hören? Ja, das sieht gut aus. Wunderbar. Also, herzlich willkommen nochmal an alle. Wir freuen uns, dass so viele Leute die Möglichkeit ergreifen, uns heute zu begleiten im Rahmen unserer Auftragsveranstaltung für die drei Thementage, die wir für Sie auf die Beine gestellt haben, um fit zu werden, um den Besucher aus dem Nachbarland, sowohl aus Deutschland als auch aus den Niederlanden, zu erreichen. Auch wenn die Zeichen im Moment eher nicht so gut aussehen, dass wir bald schon wieder loslegen können, möchten wir trotzdem die Zeit jetzt nutzen und Sie für einen Restart nach Corona, wenn das Reisen wieder möglich ist, fit zu machen. Ja, wir sitzen hier heute zu zweit. Ich bin Steffi Terbeck. Ich bin Mitarbeiterin bei der Euregio im grenzüberschreitenden Büro für Tourismus hier in Gronau ansässig und darf Sie heute in dieser Stunde begleiten, zusammen mit meinen Kollegen. Ja, mein Name ist Edwin Koch. Ich stehe hier mit meiner Freundin. Und ja, auch für den Niederlanden, hartelijk willkommen, auch namens alle RWT's in Gelderland und Noord-Rijssel, Marketing Oost, Achterhoek-Tourisme, RWT-Rivierenland und Tourismus Veluwe-Anne und Nijmegen. Drie dagen lang allerlei sessies. Wir hopen dat velen zich aangemeld hebben voor allerlei sessies. En ja, vandaag onze eerste sessie vanuit ons project Genseloze Terrische Innovatie. Wij werken met zes mensen hier bij de Euregio aan het project, samen met onze collega's in de gebieden. En ja, je ziet me hier staan met mijn vriendin, die heeft redelijk veel, weinig tijd, maar in september dan heeft ze wat meer tijd. En goed, het was mijn vriendin totdat deze man kwam, die heeft de komende vier jaar ook geen tijd. Dus in september hebben we weer heel wat mogelijkheden. Nou, we stappen in in de presentatie. We hebben een uurtje, dus we gaan er snel doorheen. Alvast één van de verschillen in de omgang met de coronaregels zie je hier. Als man ziet wie de Doetje omgeeft met COVID, dan is dat weer schaffendas. En ja, die Niederländen, die hebben dat vogelmodel, hebben alles in discussie. Waarom is corona? Waarom müssen we zuhause blijven? Wieso is lockdown? Nou ja, het ziet eerst maar zo aus, dat we nog mindestens, ja, eerste helft april nog internationaal reizen dürfen. Hoe die grenzen niet meer aan durven. Dus we verwachten aan beide landen dat, ook met de persconferentie, dat internationaal reizen tot met minimaal 15 april in beide landen nog niet mogelijk is. Dus we wachten met spanning en ja, we hebben toch nog, ook aan Nederlandse kant, positieve hoop dat we met voor een live na 3 juni, dat wellicht weer enigens alles mogelijk is. Nou, alles zal misschien niet meer met de coronabeperkingen, maar dat men toch weer de grenzen open maken voor freie tijd. Op dit moment is het nog alleen voor pure Notsaken gereist. Ja, op de bei uns in Deutschland empfangen können. Wir laufen unsere Präsentation jetzt mal durch und wir würden ganz gerne anfangen mit ein paar Zahlen, Daten und Fakten, die wir vorstellen möchten, einer Untersuchung seitens des NBTCs aus den Niederlanden. Da geht es um ein Urlaubsstimmungsbarometer. Es wurden diverse Menschen gefragt, wie denn die Intention derzeit aussieht, um eine Reise zu machen. Ja, das ist in Niederland, das ist in Deutschland zugelegten. Das ist die fünfte Messung. Also hat stattgefunden von 7. Januar bis 13. Januar. Und die Frage, die hier an dem gestellt worden ist, ist, hat die in 2021 die Intention, um wieder grenzüberschreitend Urlaub zu machen. Nicht unbedingt grenzüberschreitend, aber wieder Urlaub zu machen. Und da sieht man hier, dass die Niederländer ungefähr 69% die Intention haben, wieder zu reisen, Urlaub zu machen. Und an der Deutschland ist es etwas mehr, 76%. Und die Belgier sitzen dazwischen. Und die nächste Folie zeigt eigentlich, ob man schon gebucht hat, ob man schon ein Faultier hat oder ob man die Intention hat und man buchen will. Das rote unten sind die Ziffer, die Percentage von Leuten, die schon gebucht haben. Niederländische Seite 15%, deutsche Seite 17%. Beide 7% haben schon gebucht und haben ein Faultier. Und die große Menge, 46% an der Niederländischen Seite und 52% an der deutschen Seite ist, ja, ich habe die Intention, aber muss noch buchen. Und die nächste Folie zeigt uns, dass von den Leuten, die noch buchen müssen, dass da ungefähr ein Drittel, an der Niederländische Seite 30%, an der Niederländische Seite 39%, Leute, die sich schon an der Orientierung sind. Also die sind schon im Web oder auf andere Weise um informieren, wo man hingehen möchte und wann man gehen möchte. Da sieht man in der Tabelle rechts, sieht man wann man eigentlich reisen möchte. An der Niederländische Seite ist natürlich, die Mai-Ferien sind wichtig, da möchten viele Leute eigentlich schon weg. Aber die meisten orientieren sich eigentlich auf den Sommerferien. Genau, also der Wille ist da, weitseits der Grenzen. Die Leute möchten reisen, teilweise sogar schon gebucht und sie fokussieren sich tatsächlich auch auf die Monate Juli, August, September, wo wir dann auch optimistisch sind, dass es wieder losgehen kann. Ja, diese Folie zeigt eigentlich, wenn man wieder reisen darf oder wo man eigentlich hier hingehen möchte. Man sieht in beiden Ländern, Niederländen 28%, Deutschland 34%, dass die Leute noch im eigenen Land bleiben möchten. Die größere Teil möchte innerhalb Europa reisen, also dann denke ich, dass die Nachbarländer, denke ich, viel Bedarf haben. Niederländische Seite 53%, deutsche Seite 46% und die Rest geht an, dass man vielleicht noch weiter weg möchte. Das sind kleinere Präsentagen. Dort Südamerika, Asien, Australien haben wenige Präsentagen. Also wir erwarten, dass das Flugverkehr erst wieder in 2022 wirklich antreten werde. Also ja, für uns vielleicht noch gute Hoffnung, dass die Nachbarländer mit eigenem Auto, dass da noch viel Bedarf ist. Genau, für uns die Chance, den grenzüberschreitenden Tourismus richtig in Fahrt kommen zu lassen. Da erwarten wir auch noch, dass natürlich die Küste, die Großstädte, wo viele Leute sind, vielleicht noch gemieden werden und dass wir in unsere grüne Grenzregion, wo noch viel Raum ist und viel Urlaub auf dem Lande und in die Natur, dass da, denke ich, vielleicht mehr Bedarf ist als Normalität. Können wir uns so einschätzen? Nächste Spiel, die zeigt eigentlich, wenn man in Europa bleiben möchte, welke Länder sind dann populär? Na, niederländische Seite ist Deutschland auf Platz 3 mit 10%. Spanien und Frankreich sind nach vorne. Na, deutsche Seite, wenn man da guckt, dann ist Niederländer irgendwo in die Top-10-Platzierung mit 6%. Und da ist Italien, Spanien, Griechenland und Frankreich und Kroatien sind da die Länder, die am meisten flucht werden. Ja, der Influss von Covid ist immer gesagt worden, es sind alle, ja, mehrere Offertüren, aber dass Covid noch von Einfluss ist auf das Urlaubsverhalten, ist, denke ich, deutlich, dass 7 von den 10 Personen geben an, dass die Wahl ihres Urlaubsziels von Corona-Pandemie beeinflusst wird. Mehr als Last Minute buchen, gleich auch noch einige Schieds, 6 von den 10 Personen geben an, dass sie kürzer im Voraus buchen als sonst. Wenige in Urlaub, zwei von die drei Personen erwarten, dass sie seltener in Urlaub fahren als sonst. Und der Wunsch, um doch im Urlaub Urlaub zu machen, ist groß, aber zwei von den fünf Personen erwarten, dass ein Ausflugsurlaub im Sommer tatsächlich erst möglich ist. Dann haben wir noch eine andere Suchung, die etwas aktueller ist. Der sechste Verkanzungszentimentmonitor wird irgendwo diese Tage stattfinden. Und kurz vor Ostern werden die neuen Resultate auch wieder geteilt. Also dann werden wir auch wieder das nachteilen können mit euch. Hoffentlich sind dann die Percentage wieder noch etwas gestiegen, in Bezug auf die Impfung, die in Bayern stattfinden. Dies ist eine andere Untersuchung, das hat bis 7. März stattgefunden. Das sind die Besuche von Holland.com, also internationale Besuche, die auf der Webseite von Niederländischen Büro für Tourismus sind. Und da sieht man auch die Linie, wann man die Intention hat, um zu kommen. Und man sieht da, dass die letzte Zeit, dass die Leute sagen, 31 Prozent in den letzten zwei Wochen von Besuchern zeigen an, dass die kommenden drei Monate eigentlich die Intention haben, um nach Holland zu reisen. Also das ist eine positive Meldung, wie man so sagen kann. Der nächste Schritt zeigt eigentlich das Gleiche, wie wir schon gesagt haben, auch, dass 77 Prozent von den Deutschen, die angeben, dass die Kurze zuvor buchen werden. Ja, das erst mal über die Ziffer, die wir versammelt haben für euch. Also ja, kurz zusammengefasst, etwas Positives. Und ja, wir hoffen doch, dass irgendwo, irgendwie, irgendwann dieses Jahr wieder international gereist wird. Genau, vielleicht noch mal kurz als Hinweis, wenn Fragen auftauchen, dann nutzt gerne die Möglichkeit, um diese über die Chatfunktion zu stellen. Wir haben unsere Kollegen Ramon und Christian als Kovos hier im Hintergrund, die dann die Fragen auch beantworten können. Oder aber, wenn es eine Frage ist, die auch viele gerne beantwortet haben möchten, dann können wir das auch hier mündlich im Gespräch klären. Ansonsten besteht auch nach der Präsentation sicherlich noch ein bisschen Zeit, um Fragen auch pünftig zu stellen. Ja, ihr braucht nicht mitzuschreiben. Wir teilen die Präsentation nachher. Und da kommt, denke ich, auch der Webinar, kommt noch mal ein Video nach unserer Plattform zu stehen. Also, ja, dann gehen wir in in unserem Projekt. GTI 2 heißt unser Projekt, läuft noch bis 30.06.2022. Wir machen das glücklicherweise nicht alleine. Wir haben da die regionale Projektpartner, wie schon mal gesagt. An der deutschen Seite Grafstabendheim, Osnabrücker Land und Nussland e.V. An der niederländischen Seite Marketing Oost für gesamte Overijssel. Das sind natürlich die regionale Büros auch noch in der Region. Fentermarketing, Fertermarketing, Saarland, Wartereich, Wehrheim Wien, ohne Wartereich. Und Achtung Tourisme, Büro Rivierenland, Tourisme Velo an dem Nibegen und auch das niederländische Büro für Tourismus und der deutsche Touristikzentrale Arbeit zusammen. Ja, wir sind da selber Liebpartner aus der Region, machen die Administration und führen einige Sachen aus. Mit Ausnahme von das Paket das andere Land, aber da kommen wir gleich noch zu. Und Ziel ist eigentlich Stimulierung für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Unterstützung von euch eigentlich beim Markteinstieg im Nachbarland. Wir machen also nichts Deutschlandmarketing für an der deutschen Seite und wir machen kein Niederländermarketing an der niederländischen Seite. Wir sind nur grenzüberschreitend eigentlich in unserem Projekt beschäftigt. Ja, hier bei uns im Büro in Kronau in der Zentrale der Euregio laufen quasi alle Fäden zusammen. Wir besprechen sämtliche Maßnahmen, die wir durchgehen mit unseren Projektpartnern. Und hier im Büro stehen sechs kompetente Ansprechpartner für euch alle bereit. Also wenn ihr Interesse habt, den niederländischen Markt oder den deutschen Markt zu bearbeiten, dann nehmt gerne Kontakt mit uns auf. Oder mit unseren Partnern. Oder mit unseren Partnern. In der Region. Ja, das ist unser Gebiet. Also an der niederländischen Seite, ja mehrere Regionen. Jeder Fahrer hat einen Marketingmanager, die bei uns vertreten sind in unseren Arbeitsgruppen. Also wir machen nichts ohne Zustimmung von allen Projektmanager, die in der Region sind. An der deutschen Seite Münzland in Nordrhein-Westfalen und Osnabrückland und Grafischer-Bendheim in Niedersachsen. Also ja, wenn ihr in diesem Gebiet seid, meldet euch bei uns. Wenn ihr nicht in diesem Gebiet liegt und doch vertreten seid in dieser Sitzung, dann gelten einige Sheets, die im Nachgang kommen, weniger von euch. Also das Geld, was wir zur Verfügung haben, ist dann nur für dieses Gebiet zugänglich. Ja, Anlass und Schwerpunkte. Wir haben von der EU nochmal Geld bekommen für die Herausforderungen, die wir haben. Und die liegen natürlich im Digitalisierungsbereich. Also was wir jetzt in unserem Projekt machen, hat alles zu tun mit Digitalisierung, mit Usually Generated Content und mit Innovationen entlang der Customer Journey in die Online-Reise. Genau, wir versuchen viel auch mit Bewegtbild und mit lebendigen Geschichten zu arbeiten, um den Gast eben durch Storytelling zu animieren, das Nachbarland zu besuchen und einfach schöne Stunden oder Tage zu verbringen. Ja, und dann haben wir in unserem Projekt sieben Arbeitspakete. Hier stehen sechs. Der siebte ist die allgemeine Projektadministration. Also für euch nicht so ganz interessant, aber die anderen sind natürlich für euch hochinteressant. Wir gehen alle immer durch, aber sie sind verteilt eigentlich in vier größere Liste. Der eine ist Marktdata und Kenntnisse, die wir mit euch teilen möchten. Dann die Unterstützung und Förderung, die wir euch geben können. Dann natürlich die Online-Marketing, die Länder in Deutschland und die grenzüberschreibenden Themaklöße, die wir gemeinsam haben. Aber wir gehen in dem Einzelnen alle durch. Dann gehe ich eben nach Nederlands über. Wir haben eine Trenddata-analyse gemacht. Wir haben in juni vorig Jahr eine Soekwoord-analyse gemacht. Wir haben ein Büro Trenddata. Einer von Ihnen hat mich vielleicht aangemeldet für eine sessie vonmiddag mit Mehmet. Das Büro Trenddata hat unterbrochen, wie Duitsers nach vakantie zoeken in Nederland, und dann specifiek nach Gelderland und Overijssel. Das hat ein Online-Dashboard aufgeleverd. Das hat sich vor Jahren zurück, vanaf juni 2020, vier Jahre zurück, wie Duitsers nach vakanties oder nachdagen aus. Wir haben das unterverdeelt in verschiedene thema's. Dus als je bovenin kijkt nach der Rode Balk, dann zie ich da thema's, wie ich das nicht gut kann sehen, dann zie ich das Thema Decreatie, Overnachten, Natur, Umgeving, Locaties, Cultuur- und Beziehungswaardigheden, Evenementen und Eure Eten. Und am Moment, dass du da auf klikst, dann verändert das das Board. Und wir haben das auch unterverdeelt, und dann zie ich eine zweite Rode Balk in de verschiedene sessies. Du kannst auf, viel ist das noch in der ganzen Welt, und du kannst auf alle Regio's. Dus auf diese manier können wir eigentlich, als wir bei einem Unternehmer sitzen, oder bei einem Regio, können wir einfach inzoomen in ein dashboard, wie gezocht wird, auf ihr bedreif, auf ihr thema, was für ihr vertoepassing ist. Je sieht hier bijvoorbeeld auch links, das Wort Holland, bei einer ein miljoen keer per maand, wird ingetrikt durch Duitsers, in relatie mit vakantie- oder vrije-tijd. Auch mehr als Nederland, in diesem Fall, bei einer drei, vierden mehr keer, wird Holland ingetrikt. Aber gut, wir haben auch die Namen, das andere Land haben gekozen, für unsere marketingstrategie. Je sieht dus auf der ersten Spalte, zie je auch die locaties, beispielsweise Schlaghaar, Annen, Enschede, die zitten allemaal in de kraft von bezoekresultaten auf locaties. Je sieht in der tweede Kolom, zie je de thema's, of de worren, die in combinatie gezwungen werden. Dus camping, da unten hangen wieder allerlei worren die te maken haben, mit soep worren, camping, vakantiehuis, zee. Ja, dat gaat zo door, dat je je longtail-zoektermen en shorttail-zoektermen op die manier hebt, die bijvoorbeeld hier in de vierde kolom, dat vakantie mit honden heel veel gezocht worden door Duitsers. Dan zie je in de vijfde kolom, in het lichtblauwe, wie je het zo kunt zien, zie je de worren die dauerlijk zijn ingetikt. En het leuke aan dit verhaal is dat je ook kunt zien op welke kanalen landen de Duitsers in dit geval Hollanden kommen, zie je dus met stip op 1 staan. Wij zien dat dat van Holland, dat gaat om geld overijssel, als je dat intikt zullen we daar staan. Maar je ziet bijvoorbeeld binnen de top 20 staat dat is Anderholland als website, dus we hebben nog wel wat werk te verrichten met elkaar. Nou, de volgende sheet laat eigenlijk zien hoe de trends zijn. Dat is vier jaar terug. Je ziet een stijgende lijn, dus daarmee geeft het aan dat bezoekwoorden van Duitsers met betrekking tot vakantie en vrije tijd stijgend zijn, dat er meer belangstelling is. Je ziet ook na juni dat de lijn wat dikker wordt. Dat is een prognose. Je ziet dus ook het gillig verloop. Wanneer wordt het meest gezocht, wanneer niet. En in de tabel daaronder zie je dus eigenlijk als het groen kleurt, dan is het een stijging. In dit geval, in bepaalde woorden zie je in Nederland een stijging van bijna 30%. Het strand een stijging van 24%. Dus zo zie je, kun je eigenlijk door een hele dashboard klikken. Het voert te ver om daar nu op in te gaan. Vanmiddag is er met Mehmet een specifieke sessie en ik groep jullie alleen maar op op het moment dat jullie hier meer over willen weten of specifiek voor jullie de informatie willen filtren. Dat jullie contact kunnen opnemen, dat jullie partner zijn van DHH met jullie contactpersoon bij het regionale buurt over toerisme. Die geldt dan overreist of met ons bij de regio om wat dieper op dit dashboard in te gaan. Die gleiche untersuching hebben we natuurlijk ook op de andere seite gedaan. Sprich also, wie sucht de niederlijnische gast met de stijging van tagesafslug of ook Urlaag in Nederland. Ook hier hebben we van de firma Tenda daar een dashboard bekommen, waar opgeslüsselt worden naar unterschiedlichen Themenbereichen, also Erholung, Euregio, Location, Übernachtung, Natur, Auswärts Essen gehen, Events, Umgebung usw. usw. Innerhalb der verschiedenen Regionen, die we angegeben hebben, Münsterland, Grafschott, Bentham en Osterbruggerland, welche Suchworte dort populair zijn. Ook hier geht het vier jaar terug. Also van juni 2020 gerechnet vier jaar terug wurde dat gesamte Suchvolumen in diesem Dashboard dargestellt. Da sieht man ganz oben, dass Deutschland fast 450.000 Mal pro Monat in den letzten Jahren von Niederländern als Suchword eingegeben wurde. Wir hebben een Auflisting der Städte die in unserem Projekt gebiet relevant sind . Suchwort Auftragen pro Monat auf und so schlüsseln sich die ganzen Städte auf. Das kann man auch noch unterteilen in weitere Themenbereiche. Also Stichwort Camping ist sehr populair. Die Weihnachtsmärkte auf der deutschen Seite sind sehr populair. Danach sucht und wir sehen dann auch Suchwort Kombinationen die häufig eingegeben werden wie zum Beispiel Kerstmarkt Deutschland also Weihnachtsmarkt Deutschland Bad Bentheim wird sehr häufig gesucht. Dann sind die Niederländer auf der Suche zum Beispiel nach Landalparks in Deutschland nach Münster Camping Deutschland und so weiter und so fort. Interessant an diesem Sheet sind eben auch die Kanäle die man ganz rechts sieht also über welche Kanäle gelangt der Niederländer denn dann zu seinem Ergebnis und nach Wikipedia was am Platz 1 steht stehen wir mit Heimo Rodechens am Platz 2 Heimo Rodechens ist unsere Dachmarke für das Marketing auf dem niederländischen Markt wo wir die deutschen Grenzregionen präsentieren und das ist natürlich schön zu sehen dass wir mit unserer Dachmarke DODG auf Platz 2 landen da glaube ich haben wir in den letzten Jahren für eine gute Sichtbarkeit auf dem niederländischen Markt besorgt auch hier gibt es ein Trendsheet wo man oben an der Linie sehen kann dass das Suchvolumen wirklich im Freizeit und Urlaubsbereich stetig zunimmt wir sehen hier im März 2020 einen ganz krassen Einschnitt hat natürlich mit Corona zu tun auf einmal dieses grenzüberschreitendes Reisen soll nicht mehr im Internet der Trend geht allerdings dahin das sieht man dann oben an der rot eingefärbten Linie seit Juli 2020 dass die Leute wieder anfangen zu suchen und die Prognose geht auch dahin dass sie jetzt wieder langsam anfangen sich mal zu erkundigen wo kann ich denn hier in der näheren Umgebung von meinem Zuhause Urlaub machen das Suchwort Deutschland hat zum Beispiel auch um 11% zugenommen und die Anhalter verzeichnen fast auch alle eine positive Steigung der Suchwort Analysen genau auch für die Deutschen die sich für diese digitale Suchwort Analyse im Detail interessieren nochmal die Einladung heute Nachmittag an dem Seminar mit Mehmet Ergün von der Firma Trenddata teilzunehmen dort geht er dann in der Tat im Detail nochmal auf sämtliche Sheets ein und präsentiert die Möglichkeiten die man aus dem Dashboard durch weiteres Filtern noch an Ergebnissen gelangen kann also wer Lust hat darf da gerne noch teilnehmen bitte einfach ganz informell noch ein Mail an uns schicken dann können wir den Teilname link für heute Nachmittag noch ausdenken mit mit ganz unterschiedlichen Informationen über über den Markt Deutschland und den Markt Niederlande da werden Themen behandelt Online Marketing Social Media Zielgruppensegmentierung oder Personas dann Zahlen Daten Fakten zum Thema Campen Hotel Radfahren Wandern Also wer sich da auch fit machen möchte mit ein paar ziffern zum Niederländischen oder Deutschen Markt der hat die Möglichkeit auch diese factsheets zurückzugreifen und sich das ganz in Ruhe mal an zu schauen und durch zu lesen in Nederlands noch even korte samenvatting für gering die etwas mindere mit Duitse sich uitkennen wir haben zusammen mit unseren Kollegen in das Gebiet haben wir 6 factsheets ontwikkeld mit verschiedenen thema's als je kijkt nach NRT Trendrapport der jahre ein dikken pul von 600 pagina's dann haben wir für unsere Duitse kollega's und achterban eine populäre Duitse vertaling gemacht und andersom Duitse rapporten haben wir nederlandse facties gemacht die vorzijde geeft data und achterzijde geeft tips und auf die manier proberen wir wir in dienst zu sein um nicht die rapporten in andere taal te hoffen doorkijken aber haben wir auf de platformen von zowel ons als regio als ook de link als ook op de kennis platformen van onze collega's kennisplein achterhoek marketing oosten kennis platform en de video aan de Nijmeer gevierenland vinden jullie ook al deze facties terug naast hebben we nog een inkomend dag toerisme onderzoek gedaan die laatst al wat veraudert 2015 16 die gegevens zijn voor ons beschikbaar dus heb een dagattractie of een evenement dan hebben wij daar ook onderzoek gedaan hoe mensen Duitsers vanuit Noord-Hermers-Valen en Niedersachsen en voor onze Duitse collega's inkomend tagentourismus van uit Niederland naar Duitsland hebben wij daar ook een studie en je mag dat am liefst dit jaar weer nu maken die ziffer is een beetje verelterd van 2016 zijn maar het geeft een goede indruk van hoe Duitsers met welke interesses naar Nederland gaan en andersom voor hun dagje uit over de grens en to we de tages aflug studie in de sommer en herst monaten en ne en 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 to tages aflug tourism te presenteren en de baustein en akademie en business austaus en focus die unter ne en 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 relevanten Informationen des jeweiligen Nachbarortes zu versorgen. Im Zuge dessen führen wir sehr häufig, jetzt wegen Corona natürlich leider nur digital, aber ansonsten Netzwerkveranstaltungen durch, die physisch stattfinden, wo man sich wirklich dann vor Ort auch kennenlernen kann und austauschen kann und eben gegenseitig voneinander lernen kann. Wir machen auch, wenn es denn die Möglichkeiten gibt, Exkursionen vor Ort. Wir haben da zum Beispiel im Campingcluster mal die Möglichkeit ergriffen und haben eine Gruppe von deutschen Campings in die Niederlande gefahren, dass sie sich dort vor Ort einfach mal einen niederländischen Campingplatz angeschaut haben und so dann auch das ein oder andere Wissen für sich mitgenommen haben. Neben diesen Netzwerkveranstaltungen bieten wir auch Online-Trainings an. Dazu haben wir Plattformen entwickelt, sowohl auf dem niederländischen Markt als auch auf dem deutschen Markt, wo wir dann unterschiedliche Trainings hinterlegt haben, um sich selber dann auch fit zu machen für den Nachbarmarkt. Und unsere jetzigen GTI-Themen-Tage, diese drei Tage heute Morgen und übermorgen, die zählen natürlich auch zu diesem Punkt Akademie- und Wissensaustausch, wo wir sie einfach stärken möchten und ein bisschen das Wissen auffrischen möchten, was den Gast aus den Nachbarland angeht. Ja, wir haben also inderdaad, naast de onderzoeksquote, haben wir eine zweite quote, Akademie- und Kennis-Uitwisseling, alles was wir natürlich in das erste Arbeidpakket haben getan. Die onderzoekingen werden wir natürlich auch überdragen an unsere Achterbahn, zowel nach Elementor-Organisatoren, gemeenten, nach Ihnen natürlich als MKB. Da haben wir auch allerlei Netwerk- und Beeinkomsten die wir organisieren und excursies die wir in den Platz gehalten haben. Helaas, natürlich durch Corona haben wir das vorige Jahr alles online gehalten. Ja, wir versuchen natürlich auch die Duitse- und Niederlandse Band zusammen zu kriegen, damit wir auch vor allem von MeKaar lernen. Das ist, glaube ich, die beste Lerwe-Methode, um von anderen Partnern zu hören, und wie die Marketing in Deutschland werkt, wie die Marketing in Deutschland werkt, und wobei der Verschillen sind. Wir haben auch ein paar Online-trainingen gehabt. Vorig Jahr haben wir ein paar Sessies gehabt, die wir auch noch zurückfinden auf unsere Plattform, trouwens die Aufnames davon. Wir haben daanaast fünf Niederlandse e-learningen auf der Plattform stehen, für unsere Partners. Over den Duitse Markt, beispielsweise ein über wie du Duitsers aanspricht, wie du sie sie aufvangt, wie sie bei den Eiskriterien sind. Die ist dann für die Receptionisten, oder für die Menschen in der Horeca, die mit den Rechten in Kontakt stehen, mit den Duitse in diesem Fall. Wir haben auch Sessies für Marketing, also Online Marketing in Deutschland, und die Social Media Marketing in Deutschland. Wie geht es um mit den Duitse Markt? Was sind die Verschillen daarin? Auch ein Stückchen Doelgroepsegmentering. Das kannst du alles zurückfinden auf die Kennisplattformen von unseren Partnern. Und natürlich diese Jetsie 3 Tagen ist da auch ein Teil von, diese 3 Tage trainingen die wir haben. Hier zie je bijvoorbeeld ein Beispiel von das Plattform von Tourismus in Velo Annen-Nijmeren, wo ihr alle Trainingen zurückkommt. Hier ist einfach mal ein Screenshot von unserer neuen T-Shirt-Plattform. Das sind die E-Learnings, die für die deutschen Partner zur Verfügung stehen. Da lohnt es sich auch wirklich, sich einfach mal zu registrieren und da mal reinzuschauen. Das ist auch alles kostenlos. Denn neben unseren eigenen Trainings von der GTI-Akademie, beziehungsweise für den niederländischen Markt sich fit zu machen, stellt T-Shirt selber auch noch viele kostenlose E-Learnings da rein, zum Thema online Marketing. Wie geht es im Moment weiter mit Corona? Also da kann man sich gerne einfach mal registrieren und reinschauen. Das lohnt sich. Ja, hier kommen wir bei das derde Werkpaket. Das ist ein Budget, das ist, was Ihnen als Achterbahn ter beschikking stehen. Wir haben ein Stück Budget gereserveerd für Ihnen, um Ihre Qualitätsverbetering für den Duitse Gas, las ich mal so sagen, ein Stückchen zu verbessern. Für den einen kann es sein, dass Sie noch beginnen mit den Pauw von der Duitse Website. Für den anderen soll es sein, dass Sie auch Landingsmagina's wollen. Also hier ist redelijk viel möglich, zeg maar. Vorwaarde ist natürlich wel, dass es online ist. Es muss eine digitale maatregel sein. Und es muss natürlich eine betrekking haben auf Duitse Handmarketing. Also auf die Entfange von Duitse Gasten. Es muss eine betrekking haben auf das Duitse Bezoek. Wir haben da ein Budget gereserveerd, auch auf und auf in die zin. Auf der anderen Seite ist es ungefähr eine 50%-regelung von den investeringen. Das ist nun mal zu ver, um die hele regelingen auszudrücken. Aber es kommt eigentlich auch neer, dass Sie einfach bei Interesse an dieses Projekt, Sie melden bei Ihren Kontaktperson bei der Regional Bureau für Tourismus, oder eventuellen bei uns, um zu schauen, was die Möglichkeiten sind. Wir haben ein Stückchen Anbesteding in dieses Verhaal moeten tun. Wir haben also faste Textschreibers, die wir dafür brauchen, und zwar zu vergeben, aber es ist noch viel möglich, um mit Ihren eigenen Unternehmen zusammen zu arbeiten, mit Ihren eigenen Unternehmen zusammen zu arbeiten. Wir haben ein paar Dienstleveranzieher gefragt, wo wir gute Erfahrungen mit haben, die auch Native Duitse und Niederlandse specialisten in dienst haben, die Ihnen dabei können unterstützen. Das ist natürlich die Vorwerke, die wir getan haben. Die haben wir auch gefragt, um ein Antwort zu machen, für ein Bedrag von ungefähr 1000 Euro. Das ist ungefähr das Maximum, was ihr in diesem Fall, in unserem Projekt, könnt ihr halen. Und die bedriven, die zullen auch mit Namen morgen, alle in beeld kommen, um Ihnen zu erzählen, wie ein Werkweise ist, was sie für Ihnen können betekenen, und wie ein Krächt ist, in Ihren Zinnen. Ja, auf dem Moment, dass wir da nach geluistert haben, oder ein paar bedriven haben, die Ihnen bevallen, wir haben dann ein Excel-bestand von all die bedriven, das kann Videomarketing sein, das kann Social Media Marketing sein, das kann natürlich die Bau von der Website sein, für die Duitse Taal. Ja, wir advisieren iedereen, um mit Namen zu werken, mit Duitse Native Expert-bureaus, um das dann wieder ein anderer Markt ist, wo eine andere Kennis ist, von wird verwacht, eigentlich. Einige, was eigentlich als vorwaarde geldt, von Interreg, ist, dass auf der Maatregel, die ihr macht, auch auf der Duitse Website, dass ihr da unteren das Interreg-logo plaatst, dass die EU hat meegefinanciert an der Bestandkomingen von dasgene, was wir als Maatregel haben, das hat. Das klinkt sehr ingewikkeld, aber es ist eigentlich best einvoudig. Die rekeningen gehen an uns, und ihr kriegen nachher ein Co-Financieringsverzug, um 5% von den gemaakte Kosten über zu machen, als rekening an Co-Financiering in unsere projecten. Das war fast auch in der Duitse. Ich mache eine kurze Zusammenfassung für unsere deutschen Zuhörer. Im Rahmen unseres Projektes ist natürlich ein ganz großes Ziel, euch als touristische KMUs oder Vereine oder Organisationen darin zu unterstützen, wirklich auch mal den Nachbarmarkt zu erobern. Sprich also, wenn ihr euch als Projektpartner bei uns im Rahmen einer Co-Finanzierung beteiligt, dann bekommt ihr aus dem großen Finanzpot auch finanzielle Unterstützung zurück. Das sind auf der deutschen Seite immer 33% von dem bezahlten Co-Finanzierungsbeitrag, den ihr dann für eigene Maßnahmen einsetzen könnt, um eben auf dem wienerländischen Markt euch zu präsentieren. Wir als Büro beraten euch dabei, wir begleiten euch auch bei der Umsetzung. Wenn ihr keine Ideen habt, dann sind wir auch gerne in der Ideenfindungsphase behilflich. Wenn ihr bereits Ideen habt, dann helfen wir euch natürlich in der Umsetzung. Gerne auch mit Hilfe unserer vielen Partner, die wir für euch quasi im Großeinkauf uns herangeholt haben, im Rahmen von Ausschreibungen, die uns einen ganz tollen Preis dann auch geben, den wir an euch weitergeben. Und da sind unterschiedlichste Ideen und Maßnahmen möglich. Also oftmals wird dieses Fördergeld dazu benutzt, um die Website ins Niederländische zu übersetzen. Wir haben hier einfach mal ein Screenshot von unserem Partner Stadtwerk Osnabrück mit aufgeführt. Das Nette war zum Beispiel, hat finanzielle Unterstützung bekommen im Rahmen der Website-Übersetzung. Man kann aber auch eine Social-Media-Kampagne starten oder ein Online-Marketing starten. Was auch immer euch dann einfällt, um euch, euren Betrieb, eure Organisation auf dem niederländischen Markt digital zu präsentieren. Das, was immer beachtet werden muss, ist, wir sind ja mit EU-Bildern von Interreg gefördert, dass man eben dieses Interreg-Logo bei sämtlichen finanziellen Unterstützung einfach mit aufnimmt. Aber ansonsten seid ihr relativ frei in den Ideen und Umsetzungen. Ja, am liebsten ist, denke ich, auf dem Moment, dass ihr Interesse habt in Deutschland-Marketing oder in Qualitätsverbetering Duitse Markt, dass ihr einfach Kontakt nehmen mit dem Regionale Büro für Tourismus oder mit uns, um eigentlich zu schauen, was die Möglichkeiten sind. Ob es noch Marketing ist, oder Rutsverbetering, via audiospellen in den Duits, sehr viel ist eigentlich möglich. Und dann gehen wir gucken, inwiefern wir die finanziell können untersteunen und eventuell ein Stück weit abisieren in diesem Verhaal. Ich weiß nicht, Ramon oder Chris, unsere Kollegen, ob es inmiddels Fragen sind in den Chat, ich kann mir vorstellen, dass es auch noch was Fragen sind. Dann zullen wir graag die microfeons aanzetten. Ich weiß nicht, Ramon oder Chris, ob wir die einfach können melden. Er sind noch keine Fragen, Edwin. Oké, helemaal gut. Dann gehen wir durch. Mocht ihr es sind, dann lasst uns wissen. Dann bauen wir uiteraard eben Ruimte in um die Fragen zu antworten. Dann gehen wir weiter. Ja, wir gehen weiter. Ja, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Ja, wir gehen weiter. Ich zal eine kleine stap machen. Arbeidspaket 4 und 5 wir gehen bei euch auf 1 hoch. Das ist die Marketing, die digitale Marketing in diesem Fall auch von Geimhofer Grenzen und Las-Andre-Holland. Ich zal das von der Holland eventuellen eben tun. Ja, so. Das liegt helemaal unter die Verantwortung von unseren Regionale Bureaus für Tourismus. Das ist Marketing Oost und Zusammenwirken mit vier regionale Partners. Wir voeren in diesem Fallen selbststandig aus. Das ist die Marketing von Gelderland und Rijssel in Duitsland. Das wird getan unter der slogan Das andere Holland. und ja, de website haben sie natürlich social media kanalen und ja, da wird eigentlich Oost-Nederland gepromot in Duitsland mit einer nadruk auf Noord-Rijns-Valen und Niedersachsen. Und da haben jullie auch die Möglichkeit um als Partner in in zu kopen und da an deel zu nehmen und auch nach den Tagen, in den Überleg mit den Kollegen, kriegt ihr natürlich ein Platz auf der Website. Es wird auch auf gezette Tagen geredet werden via Social Media. Es gibt Möglichkeiten, um Bloggers und Vloggers zu kriegen in ihr Gebiet. Wir werden eigentlich eine hele Customer Journey, von Inspiratie, bis auf Verbleib, bis mit Reviews proberen wir ihnen zu begleiden in das Verhaal. Wir haben natürlich ein Digitalisierungsprojekt, das bedeutet, dass wir nicht mehr nach Beurzen gehen von diesem Projekt. Minder Print-Produkte, ich will nicht sagen, dass keine Print-Produkte mehr bestehen, aber dann wel unterstützend an Online Strategie. Aber hier können Ihre Kollegen oder Ihre Kontaktpersonen bei den Büros für Tourismus noch viel mehr darüber vertellen. Dus mocht ihr Interesse haben, um in die Marketing von das andere Land mehr zu gehen, dann meld ihr bei den Büros für Tourismus, und dann gucken sie in hoeverre wir, dass wir sie mitnehmen können in der Marketing von Deutschland. Mag ich da was an toevoegen, Edwin? Das mag ich, das mag ich sicher. Ja, mein Name ist Rick Smink, ich bin aus Marketing Oost, die Coördinator von das andere Land, von diesem Marketing von das andere Land. Und wir haben eine Jahrrapportage gemacht von 2020, dus Edwin, als es kann, würde es auch schön sein, als die auch meegestuert kann werden mit der Presentation. Ja, das kann. Da kann ich auch sehen, was die resultaten waren von das andere Land. Die Website ist beispielsweise 186.000 keer bekeken, was eigentlich in Corona-tijd sehr gut ist, aangezien de grenzen grotendeels dicht zaten. Aber auch welke bloggers sind da gewesen, welk media inkopen we haben getan. Und auch für 2021 sind es wieder plannen. Wir kommen in den Bild Reisenmagazin, RP Online, Rheinische Post Online, haben wir eine digitale campagne. Dus ich zal mein e-mailadres auch in die Chat zetten. Mocht er dan nog mensen zijn naar aanleiding van deze bijeenkomst, dan mag je vanuit Overijssel, dan mag je je ook melden bij mij voor meer informatie en hoe je hier aan deel kunt nemen. Schroom dan niet en dan stuur ik ook aanvullende informatie mee. En als Edwin, als jij dan die jaarrapportage 2020 wilt sturen die vorige week net af is, dan kun je ook zien wat we allemaal eigenlijk heel concreet doen. Zo is er ook in das andere Holland Magazine uitgegeven afgelopen september en verspreid in de grensregio's. Dus ik denk dat dat nog even goed is om te zeggen. Dan zal ik mijn e-mailadres hier ook in de chat achterlaten. En mocht er meer informatie zijn, laat het mij weten. Dan help ik je graag verder. Heel fijn. Dankjewel Rick voor de toevoeging. Ok. Voor de dachter markt nennt zich die Dachmarke, over die we dat Auslandsmarketing dan ook voor de Nienlander betreven, Heimo-Rent, gegekürzt G-O-D-G. Hier befinden we ons eigenlijk op een heel goed weg. Dat de Trenddata-Analyse ook al gezegd heeft, dat we met onze Marke heel goed gefunden werden. Net zetre, we ons op dit jaar natuurlijk niet uit. We worken steeds verder aan om ons te verbeteren. Deshalb stecken we gerade ook mitten in Relaunch onze Website van Heimo-Rent. We zijn zuversichtelijk, dat we daar in August, spätestens September, met de nieuwe Website dan live gaan kunnen en nog maar weer voor nieuwe, aktuele, frische Inspirationen op de niederländische Markt voor de niederländische Gast ook zorgen kunnen. Ja, also alle onze Projektpartner bekommen een Präsenz op deze Website en die werden natuurlijk ook in plaats van onze Marketingmaassnomen metgenomen over sämtlijke Kanële, die we bedienen. Also Social Media Kanële. We produzieren ook in dit jaar nog nieuwe Videocontent voor de regionen, om dan ook op de niederländische Markt in het Präsenz van zijn. We werken heel veel met Blogger en Vlogger om user-generated content te stellen. Want die Nederlander mögen dat gerne, om dat ze een authentische geschichte naar lesen kunnen en dan zien, ah, hier, de persoon had het gefallen, dat scheint het toch goed te zijn. Wat voor DHH? Dat andere Holland geldt natuurlijk ook voor Haarboven op de scherpunt is de Digitalisierung geeft het in dit project ook van onze seite ook geen Auftritte meer op Messen. Leider blijft dan de schöne Caravan ook in onze garage staan. Den präsenteren we de tijd ook niet meer op Promotion-Touren en we hebben geen producten meer, die we verteilen. Dat kunnen nog gemiett worden. De Caravaner kunnen ook gemiett worden. Dat kunnen ook gemiett worden. Dat kunnen uitgeleidt worden. Wer Lust heeft, deze Caravan gewoon te gebruiken, de magst me willen. Dat kunnen we gerne aanvangen. Dat kan man ook even schlaven. Ja, in een gewoond. In een gewoond. In een gewoond. In een gewoond. In een gewoond ik geloond. In een gewoond. Wanneer we het misschien maar morgen een trip maken naar Duitsland of in Niederlanden en zo. Zit mee. Nee, maar daar weet ik ga je over de grenscaravan in Niederlanden. Ja, dus niet in Duitsland. En heel scheld in Nito. We hebben natuurlijk ook de Das All-Caravan nog hier in het archief staan, in het magazijn. Dus mocht u zelf wel naar beurzen willen gaan, wellicht de komend jaar of vangen, zeg maar, de kerkbeen achter de auto kunnen zetten en daar kunnen neerzetten. En indige voorwaarden die Rick waarschijnlijk stelt met de geldtels polera's is dat ze andere brochuren meenemen en daar op verdelen. Oh, niet Rick. Viel een doimpje bijna. Ja, heel goed. Dank je. Goed, dit zijn de digitale uitingen van Geim over Grens. En dan denk ik voor jou al even een tas voet weggemaakt. Ja, nog maar even kurz zeigen een screenshot van de derzeiten website die zich nog ändern wird. Die sind op Instagram present. Dort hebben we mittlerweile über 2000 abonnenten. Die sind natuurlijk ook op Facebook met über 14.000 abonnenten present. Die hebben een YouTube kanaal met veel bewegt beeld en daar werden we in diesem jaar nog actuelles materiaal erschaffen. Dan hier even de collage voor onze Nederlandse deelnemers van Holland screenshot van de website van de social media platform van YouTube We hebben ook heel veel bewegt beeld video materiaal op YouTube dus daar hebben wij ook allerlei filmpjes staan beelden zeggen meer dan duizend woorden dus in die zin hebben jullie zelf ook duistalig video materiaal van jullie bedrijf zijn jullie partner van DAH dan kan ook op deze kanalen voor jullie worden gecreëerd dus meld je bij Rick of bij Ellen Rijnders of Marcella De Vos van Achterhoek Tuurisme of bij de collega's van Tuurisme Velo aan het Nijmeren bij jullie regionale accountmanagers Bart is daar contactpersoon Bart van Es bij Velo aan het Nijmeren en bij Rivierenland is dat Caroline Scholtens dus dan weten jullie contactpersoon te vinden ik weet niet Rick of collega's of er nog iets aan deze sheet Nee er is nog veel meer Edwin maar die kan ik dan sturen Helemaal goed het al druk hebben dus we richten ons ook heel erg op het voor- en najaar in de weekenden waarin de Duitsers juist een lange weekend of een Duitse feestdag hebben en waardoor het voor de ondernemers heel interessant kan zijn om juist op het moment waarop je camping of je dagattractie wat minder bezet is minder bezoekers komen om dan juist die Duitse bezoekers te trekken zodat je wat meer spreiding over het seizoen hebt dus dat is nog wel even goed om toe te voegen Ja Duitsers hebben een aantal brukkentaken nationale feestdagen die ook nog soms per deelstaat weer anders zijn als je kijkt bijvoorbeeld uit de paarsvakantie helaas mochten we op dat manier reizen maar dan hebben de Duitse deelstaat twee weken paarsvakantie na wij maar één dag het zijn perfecte periodes om je op te richten en de bezetting van jullie bedrijf of jullie activiteiten om daar extra aandacht voor te vragen en in de toch laagse seizoen Duitsers hebben een twee weken huisvakantie onderverdeeld per deelstaat dus bijna de hele maand oktober heeft wel een Duitser in het grens gebied vakantie daarnaast is een front like naam in dit geval dit jaar 3 juni donderdag dan hebben ze vaak ook een weekend dag van de Duitse eenheid vergeet ik nog wat de nationale feestdagen ik heb een Duits arbeidscontract dus ik heb een aantal meer vrije dagen dan de gemiddelde die Nederlander die nu voor de camera in mijn Duitse net gezegd ja ongewiss sprongetje naar de themaclusters we hebben een themacluster waar we wekelijke grensoverschrijdende samenwerken of natuurlijk de EU geförd dus eigenlijk die wekelijke regio arbeid we hebben een viertal themaclusters waar we grensoverschrijdende samenwerken van twee daan zie je hier wat afbeeldingen met samenwerking tussen de city marketing organisaties in ons gebied wat we vaak doen is dat we met de city marketeers het stad bezoeken de werkwijze van de desbetreffende city marketing organisatie leren kennen en vaak hebben we een thema op de agenda waar we iemand voor uitnodigen die daar echt verstand van heeft die dan over het thema wat meer informatie vertelt dat kan virtual reality zijn dat kan social media zijn dat kan hoe ga je onder corona zijn verschillende thema's ook uitgezocht vaak door de organisering de stad zelf je ziet hier rechtsboven dat we in Enschede zijn geweest daar waren we te gasten linksonder waren we te gasten in munster dus dat is een samenwerking waar we ook helaas dit jaar heel weinig mekaar live konden ontmoeten maar ja dit kanaal in dit themacluster proberen op die manier samen te werken een stukje kennisuitwisseling maar ook hier kunnen we eventueel gemeenten of city marketeers op maart helpen met een campagne of met een speciale actie of met de vertaling van de website of met een blogger of vlogger zeg maar en ook steden kunnen onderling ook met elkaar samenwerken dus bijvoorbeeld een samenwerking tussen Osnabroek en Enschede om mekaars bloggers en vloggers zeg maar die er in de stad zijn om die naar mekaars land te sturen en daarover te laten richten dus het zijn verschillende mogelijkheden in dit cluster het tweede cluster waar ik kort over wil hebben is tussen Holland campings en Duitsland campings een samenwerking tussen de campings de vakantieparken marketing specifiek in Duitsland van Holland campings en andersom marketing van Duitsland campings in Nederland ze werken met hetzelfde CMS samen en hebben een eigen website waarin we natuurlijk ook specifiek taakten op vakantiegangers die graag met hun eigen woonmobiel op pad gaan en ja die samenwerking werkt heel goed ook een uitwisseling in kennis je ziet hier rechtsonder zie je de Duitse collega's die in Vectal op bezoek waren en die daar één dag zijn geweest en drie campings hebben bezocht waar we ook de ANWB hebben uitgenomen bijvoorbeeld om iets te vertellen over de Nederlandse KPR-marking en ja zo werkt dit cluster met de campings de derde cluster is een cluster met evenementen en dagattracties daar hebben we een soort samenwerking en daar kunnen dagattracties en evenementen organisatoren zich ook bij ons melden dan komen we in de volgende schies nog even op terug het vierde cluster is de samenwerking tussen de routebureaus dus daar werken we met de routebureau Twente routebureau Achterhoek Verdal samen met in dit geval Münster en Krijs Borken en Graf van Benteheim om met name te zorgen dat de routes om elkaar aansluiten het nieuwtje is dat in 2021 in 2021-2022 zal ook het knooppuntsysteem zijn interreur in Knederdoen het knooppuntsysteem wat vanuit België naar Nederland opnieuw naar Duitsland overwaait en als het goed is zal zelfs dit jaar in deel van Krijs Borken en Graf van Benteheim het fietsgoedensysteem al actief zijn en kun je eigenlijk zorgenloos van het Nederlandse knooppuntsysteem naar het Duitse knooppuntsysteem en andersom dus daar rechts voor fietsers is daar een heel mooi systeem wat straks internationaal opereert tussen Nederland en Duitsland nou dat was een nu komt nu een verschillende Duits nu kun je een korte zagen voor de kreis also het themencluster hadden we zu begin der presentatie ook einmal schon angerissen is een weitere baustein in ons project daar arbeiten we in vier themen of unter vier grote themen samen we treffen ons heel erg heel erg leid in het laatste jaar corona bedingt nu digital en virtual het 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 is natuurlijk uit en om voor te zien hoe de partner op deutsch of niederlijndische seite een bestemte arbeid en met een bestemt tema om we hebben een cluster voor Intenten uit City Marketing rechts oben hebben we de ncd zu Besuch. Sowohl deutsche als auch niederländische City-Marketing-Akteure haben sich dort getroffen. Und links unten sieht man ein Bild aus Münster. Da waren auch Niederländer in Münster dann zu Besuch. Wir haben dann immer ein Oberthema. Meistens präsentiert sich die Stadt vor Ort, vielleicht noch mit einem bestimmten Thema und einem Experten, der dann sein Wissen dort preisgibt. Und dann steht natürlich der Austausch und das Netzwerken untereinander im Vordergrund. Genau das Gleiche haben wir im zweiten Cluster den Camping-Cluster gemacht. Es gibt einmal Holland-Campings und dann auf der anderen Seite gibt es Dayside-Campings. Auch hier arbeiten die Akteure immer sehr aktiv zusammen. Die haben auch das gleiche Corporate Identity gewählt, um eben die Zusammengehörigkeit ein bisschen zu zeigen. Und ja, sie lernen voneinander. Es gibt dann noch ein Themencluster Veranstaltungen und Events. Dort besteht die Möglichkeit, ja zum Beispiel grenzüberschreitende Veranstaltungen zu organisieren, sich ja zusammenzuschließen. Da haben wir jetzt im letzten Jahr zum Beispiel eine Kooperation zwischen dem Münster-Marathon und dem NGD-Marathon auf die Beine gestellt. Oder die beiden Städte, Münster und NGD und Osnabrück, arbeiten zusammen im Rahmen eines Blogger-Austausches. Also auch dort gibt es viele Möglichkeiten, sich noch miteinander zu vernetzen und grenzüberschreiten mit einem entsprechenden Partner tätig zu werden. Das vierte Cluster, was wir haben, ist ein Cluster, das beschäftigt sich mit der Routeninfrastruktur. Also dort bringen wir immer die Akteure, die für Fahrradrouten zuständig sind, auf der deutschen und niederländischen Seite zusammen. Die tauschen sich aus, um dann eben das Routennetzwerk hier grenzüberschreitend zu stärken und nach vorne zu bringen. Da haben wir jetzt Ende dieses Jahres und Anfang nächsten Jahres nochmal auf der Brust, das Knotenpunktsystem hier in Deutschland gut zu präsentieren, denn von Belgien über die Niederlande kommt es jetzt endlich auch ins deutsche Grenzgebiet, sodass wir hier dann im Rahmen einer grenzüberschreitenden Fahrradregion durchaus nochmal tätig werden und hoffentlich jeden Radtouristen damit glücklich machen können. Ja, einige Beispiele, ein paar Vorbilden, die wir für euch, was duidelijk beschrieben wird, ist beispielsweise ein event deal, ein event deal, ich wohne selber in Lichtenvoren. Ich bin Bernadert destijds durch Blumenkosel in Lichtenvoren, die zeiden van, hey, je doet nichts mit Duitslandmarketing, können wir jetzt nicht gucken ob wir mehr Duitsers bei uns auf der Route können kriegen als bezoekers. Und ja, wir sind auch schon begonnen mit ein soort marketingplan, für ein Jahr oder drei, ich habe auch gesagt, als ich das für ein Jahr mit ein paar hundert Euro, dann hoef ich besser nicht an zu beginnen. Dus wir haben da vor drei Jahren ein plan gemacht, und ja, kommen wir straks eben mit dem Fondensheet auf, wie das auf der Welt werkte, aber ihr könnt auch eine thema-campagne oder seizoenscampagne starten, wo ihr als ondernemer mehr kann machen. Ihr eigen campagne Binnen das Anderholmen und G.O.D.G. soll je kunnen starten, maar ook een ein-on-eensamenwerking zal plaats kunnen vinden. In de volgende schiste een aantal voorbeelden. Dit was bijvoorbeeld de marketing die we hebben gedaan voor de Duitse grensbewoners. Lichtenvoren ligt ongeveer acht kilometer van de grens af, dus we hebben een passer rondom Lichtenvoren gezet met honderd kilometer, want we dachten, nou, honderd kilometer is men nog wel bereid om Blumenkosel te gaan bezoeken. En we hebben gewoon gezegd van laten we in dat gebied marketing gaan bedrijven. Ze hebben een bedrag van tussen de 1500 en 3000 euro per jaar geïnvesteerd, een beetje afhankelijk van welk jaar. En we hebben eerst ook gekeken van zo'n naam bijvoorbeeld Blumenkosel kent de Duitse dat, of moet een andere naam kiezen. Nou ja, daar bijvoorbeeld hebben we gezegd misschien is Blumenparade een beter woord, dus op die manier gaan we ook met onze Duitse collega's, met een Duitse bureau aan de slag om daar eens in te gaan verdiepen. Dan kom je natuurlijk al gauw op een Duitsstalige website. De belangrijkste pagina's zeg maar zijn vertaald in het Duits, met uiteraard ook een online Duitse ticketsysteem. De Duitsers gaan niet betalen met iDeal bijvoorbeeld, dus moeten we daar een andere betaalmodule achter hangen, bijvoorbeeld sofort banking. Dat zijn allemaal zaken waar je rekening mee moet houden. We hebben uiteraard een Duits persbericht gestuurd. Je ziet natuurlijk al gauw dat net zoals in Nederland, ook in Duitsland, journalisten heel weinig tijd hebben. Dus als je daar een Nederlands persbericht naartoe stuurt, ja, dan gebeurt er waarschijnlijk weinig mee of degenen de moeite willen nemen om dat in Duits te gaan vertalen. Dus vaak zijn ze beter geholpen met een goede foto en een goed Duits persbericht. Eventueel gekoppeld aan een win- en lezenactie. Dan heb je weer meer kans dat ervoor wordt geplaatst. Dan hebben we in de belangrijkste uitgaven vlak over de grens een tutorial gezet, dus ook een beetje budget geïnvesteerd om daadwerkelijk in de krant te komen. Uiteindelijk hebben we een Duitse promotietriller gemaakt samen met de organisatie Billboard met de grensovergang in Bochel en Zwilbok. Een voorbeeld daarvan zie je rechts afgebeeld. En we maken uiteraard altijd een deal met als andere Holland, dat we social media posts gaan doen vlak voor dat het evenement begint, in de meeste zes weken van tevoren. Het komt in onze nieuwsbrieven te staan. Soms hebben we nog wel eens een keer een Duitse blogger of vlogger die we uitnodigen. En dan komen er stukken artikelen in de krant. Dat hebben we ook gedaan met het Proveedfestival, ook daar hebben we gekeken. Wat Bureuverie kent een Duitse dag, maar het bleek uiteindelijk goed met vermijder te zijn. Wie had het bedacht? Ik had het niet kunnen bedenken. En zo proberen we dus ook met een Duits marketingbureau of een persbureau te kijken hoe je daar in de kranten komt. En de volgende sheet is volgens mij een voorbeeld van een artikel dat er in de krant staat. Vanuit is verschenen. En op basis daarvan gaan de Duitsers de grenzen over. We hebben nog een leuk filmpje op YouTube staan. Als mensen googlen op busladingen vol Duitsers naar het Google-Kozen Lichtenvoorde. Dan zie je dat filmpje waarin je ook daadwerkelijk goed kunt zien hoe er met een winactie is gegaan. We wouden hem hier laten zien, maar het beeld en geluid werken niet helemaal optimaal. Dus als je dat interessant vindt dan Google op YouTube even busladingen vol in. Hier zie je bijvoorbeeld een blogger die is geweest naar de preuverie die het over heeft berichten. Een aantal Instagram stories en nog Facebook. Dus op die manier werken we eigenlijk samen om zo'n evenement op dat moment in Duitsland te promoten. En in Duitsland hebben we dan ook, ik zal Niels even kort vertellen. Ook bijvoorbeeld samen met Stan Bentheim en Grafstra Bentheim. Die hadden in de zomer, wouden ze wat extra budget investeren. Dat er wat groter pakken leren. En ze hebben heel vaak meer Nederlandse gasten. En omdat de grenzen weer open ging, wouden ze een heel specifieke campagne doen voor de zomer. Voor Grafstra Bentheim. Dat hebben we samen met hen gedaan. Dat hebben we samen met collega in de Duitsland nog een uitvoederen. Ja. Dus dit paket, wat bijvoorbeeld in de blumenkurs en licht voordeel gemaakt wordt, is een heel groot paket. Met Website en Ticketverkant en Presse en online. Het moet maar niet altijd een groot paket zijn. Je kunt ook alleen maar op 1 fokusseren. Bijvoorbeeld op een online-marketing-kampagne. Dat hebben we in de laatste jaar met onze partner Grafstra Bentheim Tourismus en de Tourist Info Bad Bentheim op die Beine gesteld. In Zusammenarbeit met een Dienstleistungs-Marketingbureau, waar we dan een beetje geld investeren hebben. En voor de Grafstra Bentheim hebben we over een paar Wochen in de Sommermonaten waar we mogelijk waren voor een enorme Sichtbaarheid op de niederlijke markt gesorgd hebben. We hebben een extra Landingpage bij ons op de plattform Heimover Trends bekommen. Dat hebben we dan nog promoten over onze Social-Media-Kanële, Facebook-Ads, Google-Ads en over YouTube. En daar hebben we een heel goede Reichweite, veel kliks, veel kommentaren erhalten. Wat Ähnliches hebben we gemaakt met onze partner Stadtmarketing in Huren. Ook daar bestaat in de laatste Sommer de Wunsch. met een paar hotels in Huren voor Oort. Dat nog maar een beetje Sichtbaarheid op de niederlijke markt te ontvangen. En daar hebben we dan ook voor de Partner op onze site een Landingpage gesteld. en we hebben in verschillende Zielgroepen ook een Facebook-kampagne gelopen. Ook hier, zoals je ziet, zijn zeer goed aangekomen. Vele kommentaren, veel Likes. Mooi daar in Tekkenburg, hè? In Ebenburen. Ja, in Ebenburen. In Ebenburen is het op ieder geval heel mooi voor iedereen. Nog maar daar, zie ik. Je ziet ook leuke interactie hier, zeg maar. Er is een actie van Inburen geweest, zeg maar, voor de Nederlandse markt. En dan zie je ook dan, op het moment dat wij een post doen van Geheimhoge Grenzen, hoe leuker is. Je ziet ook meteen de reacties van de Nederlanders die er geweest zijn, of die er iets over gemeld hebben. Dan zie je ook echt die social media, youth-generated content een beetje voorbij komen. Waardoor ook anderen denken van, hé, dat moet er nou wel geweldig zijn. Niet alleen wij zeggen het zelf, van wij van WCint, promoten WCint. Maar je ziet dus ook dat, in ieder geval, een Irma-Echt-Bertsen zegt, van dat het daar geweldig is als er vaker zijn geweest. Dus ja, op die manier werkt het toch wel, werkt zo'n campagne wel goed. Genau, zo is het halt, relatief schnell omzusetzen. Es moet niet immer dat grootste budget zijn, was man investiert, om eben een schöne reichweite te erlangen. En vielleicht den een of andere niederländischen gast dan toch nog bij zich voor oort begrüßen te kunnen. Also, wer daar interesse heeft, einfach gerne melden. Ja, en dan proberen we ook aan mensen tot storytelling ook een verhaallijn te gaan maken. Dat je bijvoorbeeld een bepaald reismotief eruit pakt. Dan koppel je de boogschap aan het bouwen hotels of buurloparken of campings in de omgeving, waardoor je echt, zeg maar, een totaalpakket kunt aanbieden, waar ook nog videomateriaal van is. En beelden en op die manier proberen we Duitsers naar Nederland te krijgen en de Nederlanders naar Duitsland. Genau. Hier nog een kurze ausschnitt eines presseartikels, die erschienen is in het raam van de kooperatie, die we met de beiden marathons angeleiert hebben. Dat is eigenlijk een Euregio-Wetstrijd uitgeloven. Dat is also een persoon die zich voor de Münster-Marathon en meldert en voor de NGD-Marathon. En dat dan am snelstens is, is nachher de gewinner van de Euregio-Wetstrijd. Leider Gottes sind im letzten Jahr beide Marathons dem Corona-Virus zum Opfer befallen. We mussten diesen Euregio-Wetstrijd also noch einmal verschieben. Leider wird auch in diesem April der NGD-Marathon nicht stattfinden können. Dat heißt also, wir verschieben die Kooperation nochmal um ein Jahr. Wir hoffen sehr, dass der Münster-Marathon in diesem Jahr durchgeht, dass wir dann die erste Hälfte des Euregio-Wetstreits in Münster im September auch schon ablaufen können und dass dann der gewinner mit der beendigung des NGD-Marathons 2022 seitens der Euregio aufgekeurd werden kann. Hier noch eben für den Lopers in den Ländern. Wir haben hier ein Beispiel von der Samenwerking zwischen der NGD-Marathon und Münster-Marathon. NGD in April, Münster in September. Und da haben wir eine Samenwerking zwischen den zwei Parteien gefunden, die eigentlich deels in den gesloten portemonneerden, klein beetje budget van beide organisaties. Aber was leuker hieraan ist, dass sie in bekaars Newsbrief eine Promotie machen für sie. Die Newsbrief von Münster-Marathon, die nach allerlei Lopers geht, wird Enschede genoemd. Andersom. Und wir haben hier auch eine Euregio-kampioenschap in den Levengruppen mit prijzen. Dus die schnellste Loper in Münster in combinatie mit der schnellste Loper in Enschede. Dus als je an beiden mehr hebt gedaan, dann ist das ein apart klassement. Und derjenige die schnellste Loper ist, auf der Schlund von beide Tijden, die hat dann eine Euregio-kampioenschap gewonnen. Und da haben wir natürlich ein bisschen die Publisiteiten heen gebouwd, waardoor je in beide kanten von der Grenzen viel promotie kregen. Und da haben wir mit dem Kennis ausgewisselt, mit Blick auf wie die Marketing in Nederland werkt, und bei welchen Kanalen die manieren moeten aansluiten, bijvoorbeeld mit der NTNU und so. Und auf die manier, ja, sie sind für beide Partien, die haben wir in diese Situation gestalten. Helaas kommen die beiden Marathons noch durch. Wir haben es verschoben nach kommend Jahr, und wir hopen, dass in september der Marathon in Münster kann stattfinden. Und dann in April 2022 werden wir die von Enschede. Und dann, naja, hoffen wir dass wir das in die Leipzig-partei können brengen. Ich weiß nicht, ob es es inmiddels Fragen sind, Ramon oder Chris? Ob es noch immer alles sehr helder ist? Ob das jeder in Afgehakt ist? Er sind keine Fragen, aber ich will wel even sagen, dass es 10 over half 11 ist. Ja, das haben wir gesehen. Wir sind wohl auch beina an der letzte Sheet gekommen. Es ist auch wieder an der letzte Sheet gekommen. Ja, ja, ja. Gevallig ob die letzte Sheet noch ist? Ja. Na, es passt geweldig. Ich weiß nicht, ob es noch Fragen kommen nach dem verhaal, aber das war ein bisschen unser Verhaal. Ja, nochmals eine Oproep. Haben Sie interesse in Deutschlandmarketing? Neem contact op met Rick of een regionaal contactpersoon in jullie streek, in jullie regio. Kijk hoe we gezamenlijk mekaar kunnen versterken. Hoe 1-1 vierkant worden in dit geval. Ja, hopen dat jullie wat handvaart hebben meegegeven. Ja, formaatwerk zou ik zeggen. Meld je vooral. Dan gaan we gewoon op maat in het dashboard kijken. Wat vermoordelijkheden zijn. Eventueel samen met de bureaus die vanaf morgen, zeg maar, nog een sessie doen. We hebben vandaag straks een sessie met, die beginnen over een kwartier, met Christine Heunig van Toerisme Toekomst. Die vertelt over het verschil van toerisme voor en na corona. Dan hebben we Mehmet natuurlijk vanmiddag, die meer in die periode gaat op de trenddataanalyse. Morgen hebben we dus die bureaus die samenkomen. Hoedersdag even uit mijn hoofd hebben we Review Management. Dus hoe ga je om met Zoever, met TripAdvisor, HolidayCheck en noem ze allemaal maar op. En we sluiten, we hebben dan een aantal roundtables, waar nog misschien van hierna wat plekken zijn. Als je met Duitse collega's direct een verbinding wil hebben. En we hebben een afsluitende sessie om vier uur woensdag, met Anouk Elfuzan, die wat ludiek ingaat op cultuurverschillen. Lekker anders. We zijn Nederlanders anders dan Duitsers. En nou ja, hoe kun je daar in de marketing rekening mee houden. Dan komt er waarschijnlijk een Duitse afsluiting. Duitse afsluit. Dankjewel. Dankjewel voor uwuat. We hebben ons gehoord. Dankjewel. 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 Als je hier fijn zou lEN zijn商o en op straat in het einde bevelend hebben. Dankjewel Ons jawel veel heet. Dankjewel voor uw๋legen en zot redન voor de ogenblokse boven Wereldern... ...uitre enziet. Graag. Schöner Morgen daar. Eind DIRECTOR, updates. Dankjewaar van orde圾.... Dankjewaar van aiheerd dat Aanju. Dankjewaar van vooral. Van kaart en... Paaren niet, teупra. mate, kijk naar dit k donation. Nein, keine Fragen. Ja, das war sehr helder. Wir können uns immer noch via der Mail Kontakt aufnehmen, als es spezielle Fragen gibt, die ihr Unternehmen und ihre Organisation haben, dann hören wir gerne von euch. Für heute eine sehr schöne Werk-Week. Ja, und graag bis zur nächsten Sessie. Viel Erfolg mit dem Entfangen von Duitse Gasten so schnell wie möglich ist. Ich zet die auch in auf Frohleit nach dem 3 Juni von Duitja. Graag bis zum nächsten Mal. Ciao, bis bald.